Und da sind wir auch schon wieder und dann geht es weiter mit dem Farm. Ohne Florian. Ja, wir nehmen ihn einfach mal nicht mit. Vielleicht habt ihr keinen Bock drauf jetzt. Bei den nächsten Spinnen ist er auch nicht dabei. Ja, also erst vielleicht wieder in der neuen Aufnahmerunde und das ist dann... Ja, Möck. Oh, ey, du bist so... Aua, Aua. Was ist denn Aua? Komm runter. Ah, er ist in der Lava. Komm runter. Passt auf, ja, da ist noch ein Spawner dahin. Wo? Dahinter, dem Wasser. Alter, ich hasse die Lava, oder? Da hinten ist noch ein Spawner? In der Tat. So, Wasser wird abgepumpt. Pum, 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 pum. Alter, Lort. Die kleinen Spinnen, ihr könnt mich nichts. Ist nichts. Das ist einfach mal nichts drin. Wo sind Sie denn? Kein Ahnung, ich weiß nicht. Alleine. Sam ist außen. Ey. Jo. Ja, auf was für einer Höhe sind wir denn gerade auf Höhe 11, was Diamanten möglich wäre? 11. Diamanten! Ja, Nightgamer, dadurch, dass du natürlich die Glückshacke bei dir jetzt dabei hast. Nicht abbauen. Ich hab's ja, ich hab aber ne Dia, aber es stimmt wegen Lava. Ja. Aber das Problem ist, ähm, die Glückhacke, die wir gesucht haben von Nightgamer, äh, von Sibbe, die hat, äh, Nightgamer, Nightgamer, kann ich mir die leihen? Bauen wir einfach ab. Ja, aber dann haben wir mehr davon. Ja, scheiß doch drauf. Bauen wir mal einfach ab, Junge. Nein, Gamer, kann ich mir die kurz nehmen. Sonst schnappt sie sich Lara. Ich glaube sie einfach mal kurz aus, wenn ich meine sage. Alter, du bist voll der Cheater. Und, hat dir was gebracht? Ein Einzig. Na, ein, siehste? So, mal eben wieder Neidgamer, sie ins Eintaschmeißen. So, genau jetzt, nicht ein Sammeres, Dom. Dein Ernst. Gut, dann ist man vorherredet, ich kann's nicht dabei ab. Alter, was dir alles mitschleppt bei sich. Manchmal schadet das, anstellt ja echt nicht. Ja. Oh, ich, ich glaube, Robin, mach so ne kleine Frage an dich. Soll ich nett sein oder soll ich nicht nett sein? Nett. Lara? Ja? Ich schenke dir die drei Diamanten. Oh, danke. Weil, Robin, wir kriegen die Diamanten auch genug und dann passt das. Sind drei Diamanten, aber sie hat nix. Also schade, die, ne. Ich lohne sie wenigstens für ne Spitzsacke. Na, Mikey? Ja, oder sie macht sich n' Schwert. Je nach dir. Ich bin grad unten in der Labe und mach mal, weil ich eh, weil ich... Ich bin jetzt auf meinem Kopf. Lol, die passt hier rum. Alter, da ist das... Junge, du hättest mich fast in Lapper geschossen. Ja, weil's kurz geleckt hat, sorry. Sorry. Alter. Das ist natürlich die Frage, Chiwe, wie machen wir jetzt? Wird hier oben weitergehen? 14. Ein bisschen schwimmen müssen, müssen wir hier... Alter. Ich haue die Tür übers Wasser, damit du zumagent kannst. Ach, hier's Eisen. Sollten wir vielleicht mal öfters mitnehmen, weil, Robin, wir haben ja zu viel. Wir haben ja viel verloren im Kampf. Welchen Kampf? Na, zumindest Schwalorloin, meine ich. Schaas floh nicht dabei, weil der hätte das sehen müssen. Weil sein Haus war ja der Schluss. Unsere Stadt... Ah, nee. Oder? Ja, aber ich habe auf jeden Fall zu ihm gesagt gehabt, er muss das Video angucken. Meinst du, er ist in seinem Haus? Ja, bestimmt, ne? Bestimmt, irgendwo. Ja, hier, schon wieder in den Sack, Christian, gehen wir mal zurück. Oder auch nicht. Ich benutze mal in den Wasserfrasch, du. Kriegt Lara keine kalten Füße? Die hat keine Socken an, beziehungsweise Schuhe. Ähm, tp an, fragen werde ich angenommen. Ja, Leute, geh noch oben. Freiheit! Ich lieg auch gerade in der, ob man auch hier hat. Ich bin der Erste, der oben ist. Da war ich nicht gut. Da bin ich, 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 da bin ich. Loll! Boah! Kommt man da raus? Ja, kommt man. Alter, aber man kriegt ein bisschen Damage. Werden das eh kein Damage bekommen, weil ich das nämlich mir gerade zwischen... Alter! Ja, ich hab's geschafft. Ja geil, da sind wir einfach mal irgendwo wieder rausgekommen. Hat sich ja echt gelohnt. Dann dürfen wir ja an der Ohrfläche oder was? Ja, weil wir irgendwo hochgespommen sind. Hallo. Ja, Robin, was machen wir denn? Ich denke mal, wir sollten hier einfach irgendwo wieder runtergehen, weil es losgeht. Ich laufe jetzt einfach durch die Wüste. Ja, einer von euch hat eine andere Fluchtinfekt. Jaja, überall. Wir verlassen Sam einfach mal. Ja, wir können einfach mal... Ich finde, wir können auch einfach die Welt so erkunden. Wir müssen ja nicht unbedingt Pharma wo man vielleicht ein bisschen mitnehmen. Eigentlich wollten wir ja noch Hausarbeiten machen. Ja, vielleicht sollten wir das gleich nochmal in der letzten Folge, die wir heute Abend... Gib mir Boost, Lara! Ich muss ihn einfach schlagen. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Ah, danke! Hat einer von euch ne Axt dabei? Jo! Ich weiß nicht, ob ihr Fichten mitnehmen wollt. Hast du auch? Ja, Sam. Ja, Sam. Ja. Ah, ich hab auch dieselbe. Hier sind Fichtenbäume, wenn ihr wollt. Ey, der Myko ist immer so schnell, ey. Der ist immer so eilig. Ja, hab ich auch. Schön auf den Kaktus springen. Juhu! Ja. Ach, weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Es ist ja, wir überlegen ja die ganze Zeit, ob wir updaten wollen. Ja. Was passiert mit der Welt? Weil es ist doch ne neue Weltgeneration passiert doch da eigentlich. Wie funktioniert das? Ich hab das noch nie gemacht. Dann sollen sie es in die Kommentare schreiben. Schreib mal in die Kommentare, wie ich das machen tue, dass die Welt sich mit aktualisiert, aber nicht die Ecke, wo wir wohnen. Ich find ich echt mal gebrauchen, wenn wir tatsächlich updaten sollten, weil ich kann im Moment echt ganz gut die 1-7 Sachen gebrauchen. Ich lauf einfach hier über ne Wüste. Äh, Wiese, Wiese. Oh, da ist ein Tropenwald. Und Kühe. Und Pferde. Und ich hab wieder keinen Sattel dabei. Aber hier, wenn ich schon mal bei Tieren bin, dann weiß ich wie nicht, wo ich mal Fleisch herbekomme. Weil ich hab keinen Bock an blauen Dings zu essen. Alter, was für Pferde hier sind. Alter, hier sind schwarze, braune, weiße... Soll ich jetzt kuscheln oder soll ich stopfen? Stopfen. 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 Doch. So, wie... Kuscheln oder Stopfen? Sei der hier hinter mir. Oder so wie bei Diener. Kann ein Pferd mich umbringen, äh, schlägt es und er stirbt. Nein! Oder, Gomma D, Sandwurm. Erste Folge allererste. Ja. Ja, du musst Bescheid sagen, wenn du Essen brauchst, ne? Ja, nö, ich hab was. Bin ich euch zu weit weg? Nein. Wir sehen dich noch. Ja. Lass mal woanders, Naguila. Würde mir nicht raffen, weiße das eigentlich. Was? Ist ja, ich glaub wir... Also, was sie... Es wurde mir gesagt, wenn hier irgendwo diesen Brunnen ist, ist meistens ein Tempel oder ein Sanddorf in der Nähe. Was ist das hier eigentlich? Von euch. Ja, das ist ein Zeichen, dass in der Nähe eine Pyramide sein müsste oder so. Hammer geil. Da, da hinten ist doch eine. Ah, ne. War nicht da vorne eine? Wartet auf mir! Das wurde mir auf jeden Fall so gesagt, dass sie das zeigt. Aber ich muss ehrlich sein, ich seh keine in der Wüste dort. Ja, ihr sagt, dass ihr mich findet, was eine Pyramide ist. Ja, Sam natürlich wieder, ne. Ist natürlich wieder der Oberbabbo. Ja, seh mal eben ehrlich, warum ist hier nichts? Weiß ich nicht. Was ist denn hier unter? Ja, ich war jetzt so sanft einherzend. Sam, weißt du das, was dieser Brunnen sagen tut? Brunnen und die Sofa eigentlich, das heißt nur in der Gegend auch. Aber was kann sein, das kann halt nah dran oder manchmal auch echt weiter weg im Dorf oder so sein. Ja, aber ich meine nämlich, dass es irgendwas in der Wüste sein muss. Ja, in der Wüste ist es halt. Ja. Ja, jetzt ist ja natürlich die Frage, ich kann die Wüste nicht so schnell absuchen. Ich würd' ja schon gern wissen, ob hier irgendwo ne Pyramide ist. Aber was willst du loggern denn? In einem Netzteil schreibt man nicht zurück. Doch. Nein. Gerade wenn man keinen roten Namen hat. Gerade möchtest du auch roten Namen? Ja. Ja? Ja. Bekommst du auch keine OP. Pfff. Ich kann dir aber einen roten Namen geben. Hm. Indem du meinen anmalst, ne? Ja, ich erinnere einfach dein Neck. Also ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt hier auf der Nähe nix gefunden. Ja, ich hab was solche geile Berge gefunden. Ja, klar. Bunte, viele verschiedene... Möko, lauf nicht so weit weg, ich bin hier mit Lara auch hier. Ja, ich komm zurück. Sie will ein paar Bäume fällen. Richtig geile Berge. Ja. Ich wollte eigentlich nur kurz irgendwo über die Wüste laufen. Also ihr könnt ja mal auch in die Kommentare schreiben, was diese Ver- äh, was diese Brunnen tatsächlich wirklich sagen, zeigen sollen. Weil ich sehe jetzt hier nix in der Nähe, dass da irgendwas sein soll. Auf jeden Fall geile Berge sind hier. Sieht ihr die eigentlich? Ja, hammergeil. Ja, ich geh weiter weg in der Höhe und lass auch sofort ein Mien-System. Ja, die sind voll dicht hier. Unter unsere ganzen Buden sind auch irgendwie ein Mien-System. Möko. Bin immer froh, aber ich schnack den immer zurück. Ja, gib mir Schneewelle. Gib mir Schneewelle. Lara auch schon bemerkt, wenn du mit der Axt die Bäume fällst. Ja. Das ist auch ne geile Sache. In der Höhe. Neu meine spells sind alle. Toi, jetzt ist auch … Auch meine Dings zu. Alter. Loil. Wo? lookinh. Walmart flieg noch mal vor. Ja, und gelb, hier ist die Löffel! Da kann ich hier wegen ein paar Musse, ein paar XP-Farmen geben. Server-Lack. Lack. Das ist gerade ein bisschen komisch. Und gut. Und nun, stehen hier wir ganz allein in der Wüste. Zu dritt, ganz allein, genau. Zu dritt. Ups. Ich glaube, ich lau weiter durch den Wald. Ah. Hier, ich hab' einen Helm. Wenn du jetzt noch Schule kriegst... Und eine neue Hose. Ne, leider nicht. Ja. Ist kalt, ne? Wo sind Mirko hin? Ach, da ist im Schnee wie um Rory rum. Oh, der hat mir gerade eine Kartoffel gedroppt. Sorry. Nein, nein. Oh, ein Dorfbewohner-Zombie. Lässt mir auch eine Kartoffel da, die ich gleich einfach mal morfen tue. Hier sind aber Schweine, die sterben tun können. Weil... Wer hätte gesagt, dass wir immer nur von... Gemüse leben wollen. Seid vor! Ich hab' euch total verloren. Wir sind noch da in der Ecke geblieben, wir sind gerade bei dem Enderman und bei den Zombies. Jetzt müsst ihr weiter selber machen, weil... Ich bin normal. Ich bin total durch dem Schnee wie um fast durch. Ja, ich bin durch. Dahinter sind... Naja, ich muss morgen weg. Leute, und viel Spaß! Ja, tschüss. Baby. Bisschen die Wiedersehen. Also, erst ist hier noch ein normales Biom hinter und dann kommt dann schon wieder ein Tropenbiom. Was fehlte, du Skelett? Die Hallosau. Na, 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 na. Ich find's eigentlich auch mal schön, dass wir einfach mal in der Nacht unterwegs sind. Wie bock ich jetzt gerade hab, den Enderman zu töten. Ja, mach es. Die können wir gut gebrochen. Wenn wir tatsächlich irgendwas machen. Ne, du scheiß Enderman, komm mal her. Spastika. Oh, nix. Jetzt kommt hier ein Tropenbio. Ich mach einfach mal ne Reise. Eine sehr lange Reise. Wenn ich jetzt wüsste, wie, äh, unsere, äh, IP ist. Also von, von zu Hause. Man kann Schlecht Haum machen. Ja, aber Lara nicht. Ja, da... Ähm, wenn sie Haum macht, kommt sie ums Born und von da aus könnte ich aber auch weiterzeigen. zur Not... Ist eigentlich ne Sache, die ich umgehe, aber TP'n könnte ich sie auch noch hinterher. Damit die Z Haum zu Hause machen kann. Aber nur wenn alle damit einverstanden sind, sonst mach ich das nicht. Ja. Hallo. Er muss nur Bescheid sagen werden. Ja, dann geh ich jetzt home und dann TP'nst du Lara zu mir. So, bin da. Also TP... ...zu Maiki B. So, hier ist jetzt nichts großartiges draußen los. Machen wir gleich mal so... Ah, gut, ich komm auch mal auf. Weil ich will kurz den Friedhof verschönern. Das Grab von Sebastian. Ja. Ach, das muss ja nicht verschönern, das ist immer leid. Was ist denn? Du kannst auch hier... Ja, ich sitz mich einfach irgendwo, mein Hobby. Ja, es ist egal wo. Muss ich denn auch da unten? Ja, ich muss... Kannst du da machen, ja. Okay. Alter, egal, ich kann Ihnen keine Gänge... Gänge, Buddeln und Germann zu suchen, weiter. Ich schworst wie eine Höhle, Lava. Voll voll. Wollen wir ja schlafen gehen oder so? Ja, müsste... Ja, sie könnte beim... Bei mir oder bei dir, Penel, ist ja egal. Wo ich will. Wieso, ich hab zwei Bette. Hast du noch das zweite oder was das für? Ja, hab ich. Ja, aber da ist dann ganz so allein, das ist... Kann hier oben, hier hinten, wo ich schlafe hinter dir. Kann sie entscheiden, ist mir egal. Kann bei mir, kann es bei ihm. Kann es aber auch bei Sam, Penel. Ja, ist ja eigentlich egal. Ja. Ja, ist sobald du dein eigenes Haus hast. Gut, Sam, dann bitte ich dich mal eben kurz. Sie liegt schon im Warmbett. Dann bitte ich dich mal eben, Sam kurz zu löffeln. Ja, wollen wir noch kurz ein Eisenerfer? Vielleicht schon später. Und wisst ihr, äh, was schon wieder Zeit ist? Zu Cutten. Genau. Dann sehen wir uns gleich wieder. Hast du schon die Stelle gesehen, Lara? Hier, guck mal, hier wohnt Papu. Okay. Ja. Da wohnt, oh wow. Also gut, dann sehen wir uns gleich wieder, bis gleich. Bis gleich. Ciao.